Ich bin ganz ehrlich zu Ihnen. Ich habe schon den Anspruch, dass die Spieler, die nicht geimpft sind, auch ohne dass ich ihnen das klar mache, das verstehen. Ich glaube, das ist auch nicht ganz so schwer zu verstehen. Dass die Gefahr natürlich deutlich größer ist als Ungeimpfter, mehr Spiele, Trainingseinheiten zu verpassen als Geimpfter. Ich glaube, dass es da kein Spieler dabei ist, dem ich das klar machen muss. Das kriegt der ein oder andere ja mit und hat er jetzt auch mitgekriegt beim DFB. Und ich glaube, das ist offensichtlich. Das liegt quasi auf dem Präsentierteller, ohne dass ich das nochmal sagen muss. Richtig, aber in 48 Stunden kann man ja schon einen Menschen sehen. Also wir leben ja jetzt nicht in Alaska, wo alle 750 Kilometer mal ein Elch oder irgendwas vorbeiläuft und alle 1400 ein Mensch. Also das sind ja schon, wir leben ja schon in Zivilisation und in Population. Also da sind schon ein paar Menschen da und ich glaube, es ist jetzt nicht ganz unwahrscheinlich, dass man auch mal einen trifft bei den aktuellen Zahlen, der dann Corona hat. Also ich kann Ihnen versichern, es war nicht während seiner häuslichen Quarantäne, sondern jetzt in den letzten eineinhalb Tagen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht hundert Prozent. Nochmal, wir haben jetzt auch keine Tagebuchpflicht beim FC Bayern, wo er mir dann aufschreibt, dass da gestern um 11.15 Uhr jemand getroffen hat. Am Ende werden wir jetzt abwarten und dann, wann das Ergebnis vorliegt von der Person aus Joschs privatem Umfeld, das weiß ich nicht, weil ich jetzt habe keinen glühenden Draht zum Labor und habe auch keine Funkverbindung zu der Zentrifuge. Also ich kann Ihnen nicht sagen, wann das Ergebnis kommt. Würde Ihnen jetzt auch nichts bringen, ob das 15.23 oder 16.47 ist. Ich gehe davon aus, dass es heute ist, aber ich weiß es nicht hundert Prozent. Das liegt auch immer ein bisschen so daran, wie viele Proben da so reinmarschieren. Dann brauchen die immer eine gewisse Anzahl, weil die Zentrifuge, die geht nur, wenn die voll ist. Habe ich mal gehört, weil sonst eiert die und dann ist die Viruslast nicht richtig messbar. Also sie muss die Gewichtsverteilung genau sein und dann läuft die. Und das liegt immer daran, wie viele Leute dann auch einen PCR-Test machen. Und ich gehe aber davon aus, dass das Ergebnis heute kommt und dann haben sie das richtig dargelegt. Dadurch, dass wir heute die Vorsichtsmaßnahmen machen, ist dann wahrscheinlich auch die Kontaktperson, sollte das PCR-Ergebnis positiv sein. Dann ist es als Ungeimpfter so, wie es dann bei Niki oder im Kontakt mit Niki Süle auch war. Unabhängig von Josch, seinem Testergebnis wird er dann... Das ist, glaube ich, der aktuelle Stand nochmal. Ich überblicke das auch nicht immer. Ich habe auch ein bisschen anders zu tun, als immer das zu lesen, was gerade up-to-date ist. Aber ich glaube, es sind dann sieben Tage ohne Symptome. Wenn das nicht hat, dann darfst du dich freitesten. Sowas jetzt. Sprich, ja, da muss man von heute sieben Tage rechnen. Also plus nach vorne und dann dürft ihr wieder mitmachen. Ja.